Okay, guai! Bajo es Fasil! Jetzt wieder die Schlauen, die nicht laufen, die reiten. Die Sonntags-Cowboys hier. Tres Cowboys hier. Buon Domingo. Buen Viaje. Gracias. Das Fahrrad gehört ja jetzt gehen mehr, dann kann ich es ja nicht. Jorge, Linda, Jaime. Con Ferrara. Da sind wir wieder ein Jahr später in der Herberge San Nicolas. Ist okay, Viererzimmer, hat Glück, kann unten schlafen. Schönen Ausblick in den Garten. Con Ferrara, Sonntagabend oder Nachmittag. Der Fahrrad macht schon wieder Stress hier. Kommst in die Stadt, wird wieder rumgeläutet. Jetzt sind wir wieder an der Templerburg hier. Zwei wollen rein. Ach, guck mal schön, die Sonne leuchtet. Sieht wie in Heidelberg hier. Alles voll. Kannst hier hinsetzen und Touristen zählen. Unter der Burg. Oh Mann ey. Hier sind nur Touristen, die kriegt hier nicht leckere zu essen. Wenn ihr amüsiert euch, jetzt müsst ihr ja sagen. Jaaa. Dann sagtet mal euer Gesicht. Wir machen es ja nicht nur, wir machen es ja nicht erst um siebende Lichtern, sondern um zehn vor sieben. Musik.